Okay, hängen aus. Startpult. Freitstehler. Springen wir mal in der Unterkunft. Stopp. Das ist der Startpult. Jetzt geh her, stören die Herzen beim Fuß. Erste Progression. Jump. Short. Das ist Jump-Shot. So bist du. Nächste Progression. Jump-Shot. Keilpult. Elbogen hoch und heraus. Das ist der Startpult. Gut. 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 Jump-Shot. Heiko. Das ist der Startpult. Das ist der Startpult. Okay. Jetzt geht's Progression. Jump-Shot Heiko. Snatch. Jetzt läuft seine Elbogen hoch und bringt die Spangen rüber hoch. Das Catch. Und auch in der Position. Aus. Die Stange nach hinten über den Körper. Der Startpult. Der Startpult. Das ist der Startpult. Der Startpult. Das ist der Startpult. Der Startpult. Alles. Gut. Der Startpult ist fest. Die Stange nach hinten. Okay. Zwei und zwei zusammen. Wir machen für den Progression. Jump-Shot. Jump-Shot Heiko. Jump-Shot Heiko. Jump-Shot Heiko. Jump-Shot Heiko. Das Catch. Halt oben, Snatche bekommen haben. Wichtig ist noch interessierbar die Hand. So machen wir vorne. Wir gehen mal hin und machen den Ziehenstopf. Wichtig ist, dass die Hand nur hoch und tief ist. Okay? Christoph checkt den Stand. Jetzt passt es. Felix Gleich ist bei dir. Jump, Shrug, Hypo, Snatch. Klasse, Mikey. Grobotraff. Micky, spring auf für das Ding. Komm, gib Gas. Du bist auch gegen die Hand und du kannst. Die Hand ist möglich. Wir machen die Hand. Drei Malen, da sind die Hand. Sie haben nicht möglich. Ich kriege die Hand. Wir werden nicht mehr, sondern die Hand. Das sind die Hand. Der hat sich in der Hand. Der hat sich um. Die Hand ist leer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.